Silicon Graphics International war ein Hersteller von Computern, die besonders auf dem Gebiet der grafischen Darstellung leistungsstark sind. SGI initiierte die OpenGL-Spezifikation und ist Mitglied des Architecture Review Board von OpenGL. Noch heute ist OpenGL eine registrierte Marke des Unternehmens. Geschichte Gegründet wurde die Firma durch Jim Clark im November 1981 unter kalifornischem Recht und im Januar 1990 nach Delaware verlegt. Die Firma verwertete Clarks Verfahren zur beschleunigten Darstellung dreidimensionaler Bilder mittels spezialisierter Soft- und Hardware. So genannter Geometry Pipelines ab 1982 stellte SGI Graphic Terminals her, ging aber später zu anderen Geschäftsfeldern über. Die ersten hergestellten Terminals sollten an die EC-Vex-Computer angeschlossen werden. SGI verwendete Motorola 6800-Mikroprozessoren mit einer Unix-Portierung von Unisoft als Betriebssystem unter dem Namen GL2 zur Steuerung des Terminals. Spätere Systeme verwendeten mit IRIX eine unternehmenseigene Variante des Unix-Betriebssystems, die aktuellen Produktreihen sind für den Betrieb. Unter Linux ausgelegt, die 3x30-Workstation war in der Lage ohne Unterstützung eines Großcomputers eine komplette 3D-Computeranimation zu rendern. Die Workstation war mit zwei, für die damalige Zeitüppigen, 300-Festplatten, einem Bandlaufwerk und einem 10-Mbit-Netzwerkadapter ausgestattet. Mit der Einführung der 4D-Reihe im Jahr 1987 ging SGI dazu über, MIPS RIS-C-Mikroprozessoren zu verwenden. Damit wurde die Leistung gesteigert, mehr Arbeitsspeicher konnte adressiert werden. Und die mathematischen Berechnungen konnten weitestgehend über die Hardware abgewickelt werden. Mit dieser Baureihe erwarb sich SGI den Ruf des bekanntesten Herstellers von Grafik-Workstations zum Rendern von Trickfilmen und Animationen. 1992 übernahm SGI den Prozessorhersteller MIPS Computersystem SYNC und veröffentlichte den ersten 64-Bit-Mips-Mikroprozessor, den R4000, neben dem Alpha-Prozessor einer der ersten 64-B-Mikroprozessoren überhaupt. Im Februar 1996 kaufte SGI die Firma Cray Research und verwertete die rechte Annahmen wie CrayLink für die eigene CC-Nummer-Technologie. Die Cray-Technologien flossen erst in die folgende Baureihe ein, die Origin 3000. Nachdem der Name Cray on Terra Computer weiterverkauft worden war, die sich prompt in CrayLink umbenannten, wurde CrayLink in Numalink umbenannt. Mit der enormen technischen Entwicklung von Desktop-PCs und deren Grafikfähigkeiten hat sich SGI auf die Herstellung von Servern für digitales Video und Web-Server spezialisiert. Produkte Bevor das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten kam, stellte es erfolgreich High-End-Grafik-Workstations her. SGI-Server und Workstations mit einer MIPS-CPU liefen unter dem Betriebssystem IRIX. Zu den bekanntesten Computern von SGI gehören die Modelle INDI, INDIGO, INDIGO 2, O2, Oktane, Oktane 2, Fuel, Tetzro, Onyx und Origin. Mit dem Modell Origin 2000, das 1996 eingeführt wurde, stellte SGI ihr erstes CC-Nummer-System vor. Die CC-Nummer-Technologie erlaubt den Bau von Computersystemen mit sehr vielen Prozessoren. Bei der Origin 2000 bis zu 512 MIPS R10.000, R12000 oder R14000. Seither basieren alle SGI-Computer mit mehr als zwei Prozessoren auf der CC-Nummer-Technologie. Wird eine Origin 2000 mit einer oder mehreren Infinite-Reality-Grafikmodulen zu einem Grafik-Supercomputer gekoppelt, entsteht ein Onyx 2. Diese Systeme fanden weit verbreiteten Einsatz in der Film- und Videoproduktion, in Simulations-Umgebungen oder bei der Messdatenanalyse. SGI unterstützte die Entwicklung des Betriebssystems Linux, in dem die Firma zahlreiche Projekte wie Samba unterstützte und Code als Open-Source bereitstellte, darunter zum Beispiel das Dateisystem XFS. Diese Unterstützung hat sich mit der Einführung von Servern mit CPUs aus der Intel A64 Architektur intensiviert. Diese Altex genannten Server basieren auf der gleichen Nummer-Link-Technologie wie die Origin 3000 Systeme, sind aber statt mit MIPS R14000 16.000 CPUs mit Intel-Itanium bzw.-Itanium-2-Prozessoren bestückt. Die größte Altex kann 512-Itanium-2-Prozessoren enthalten. Obwohl sich das Unternehmen seit seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf den Servermarkt konzentriert und somit aus dem Geschäftsfeld der Graphic-Workstations ausgestiegen ist, weisen die Server von SGI bemerkenswerte Grafikleistungen auf. So sind auch für die Altex-Systeme Grafikerweiterungen verfügbar, wodurch diese zu einem Presam-System ausgebaut werden können. Mit Presam-Systemen ist es durch die Multiprozessor-Technologie möglich, Echtzeit-3D-Animationen mit Verfahren, wie zum Beispiel Raytracing, zu erstellen. Die zu aufwendig für die Berechnung mit gängigen Grafikkarten sind Hardware-Produkte nach Kategorien Workstations Professional Iris Series, Personal Iris Series, Iris Power Series, Iris Crimson, Iris Indigo Series, Indigo Quadrat Series, Indie Workstation, O2O2 Plus Workstation, Oktane Workstation, Oktane 2 Workstation, Fuel Entry Level Workstation, Tetzro High-End Workstation, Server Challenge S, Challenge M, Challenge M, Challenge DM, Challenge L, Power Challenge, Challenge 10.000, Challenge XL, Power Challenge XL, Origin 200, Origin 2000, Origin 300, Origin 350, Origin 3000, Visualisierung Onyx, Power Onyx, Skyriter, Workstations SGI 320, Visual Workstation, SGI 540, Visual Workstation, SGI 230, Workstation, SGI 330, Workstation, SGI 550, Workstation, SGI ZX 10 Visual Workstation, SGI ZX 10 VE Visual Workstation, Server SGI ZX 10 Server, SGI 1100 Server, SGI 1200 Server, SGI 1400 Server, SGI 1400 Server, SGI 1450 Server SGI Internet Server SGI Internet Server für E-Commerce SGI Internet Server für Messaging Itanium SGI 750 Altex 330 Altex 350 Altex 3000 Altex 450 Altex 4000 Presem Intel AMD X86-64 Altex XE 210 Altex XE 240 Altex XE 310 Altex XE 1200 Altex XE 1300 Altex XE 8200 Altex XE 8400 Virtu VN 200 Virtu VS 100 Virtu VS 200 Virtu VS 300 Virtu VS 350 FPGA basiert RASC Application Acceleration Infinite Storage Nex 7000 H Infinite Storage Server 3500 Bildschirme 1600 SW GDM 4011 P Wirtschaftliche Probleme Im Februar 2006 Im Februar 2006 wurde klar, dass SGI mit starken Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen hat. Das Unternehmen meldete der US-Börsenaufsicht Sekt, dass es kurz vor dem Konkurs stehe. Am 8. Mai 2006 wurde bekannt, dass SGI Gläubiger Schutz beim Konkursgericht in New York beantragt hatte. Am 17. Oktober 2006, nach weniger als sechs Monaten, konnte sich die Firma wieder aus dem Gläubiger Schutz befreien. Allerdings stellte die Firma die Produktion des Betriebssystems CRIX zum 29. Dezember 2006 ein und konzentrierte sich künftig auf das Geschäft mit den unter Linux betriebenen Servern. Am 1. April 2009 beantragte SGI erneut Gläubiger Schutz nach US-Insolvenzrecht. Rackable Systems übernahm das insolvente Unternehmen und firmiert seit Mai 2009 selbst als Silikon Graphics International.